Guten Morgen! Wir haben uns heute hier zusammen getroffen beim Wegele. Und da haben wir einfach gedacht, da können wir gleich mal das Rofaust-Potlack anklübigen. Da steht nämlich jetzt fest. Wann ist er? Am 10.12. Genau, am 10.12. Und wir wissen noch nicht ganz genau, wo. Aber eventuell wieder an alter Stelle. Dann müssen wir wieder begrenzen die Anzahl der Menschen, die da teilnehmen können. Wer da zuerst kommt, malt zuerst. Oder wir haben eventuell noch die Möglichkeit, bei einem anderen, mit einer 100m² Fläche, das Rofaust-Potlack zu machen. Jetzt steht erstmal das Honolulu fest. Das muss aber alle Fälle machen. Und eventuell noch ein 10.12. 100m². 100m². Genau. Und dann eigentlich ein gutes Thema. Wir haben uns gerade so, wir sitzen alle so da und dann haben wir uns eigentlich so gedacht, das ist wie so eine, du hast es da ausgedrückt gerade? Wie so eine Wahlfamilie. Genau. Wie so eine Wahlfamilie. Also nicht mit Wahl, also W-A-L, sondern dass man sich quasi seine Familie wählt. Und das ist eigentlich eine wunderbare Sache, aber dass man so im Kopf hat. Dass man die freie Wahl hat eigentlich, sich seine Familie zu, dass man seine Familie frei wählen kann. Und das kam ja auch ein bisschen durch den Kopf. Genau. Die Vereinspeilung ist ja immer letztendlich erfüllt. Und es gibt dann immer so eine Kernegruppe. Leute, die immer wieder kommen. Und das ist dann schon ein bisschen wie eine Familie. Das hast du ja auch gesagt. Dass man sich dann mit vielen Menschen vertrauter fühlt. Dass sie so eine Vertrauteil da ist. Es geht nicht immer nur um dasselbe, dieselben Fragen. Wo kommst du denn her? Was machst du denn? Sondern die Leute, die man halt schon besser kennt. Da kann man dann halt auch tiefere Gespräche führen. Und erzählt sich vielleicht ganz andere Sachen, als Leute, die man gerade so ruhig kennenlernt. Und für mich ist es auch eine schöne Ergänzung einfach zu meiner, sag ich mal, Geburtsfamilie. Dass ich auch vor Ort, meine Eltern leben woanders. Und dann habe ich hier einfach auch Menschen, denen ich Vertrauen mit ihnen verbunden fühle. Und ich kann es halt bewusst auswählen, in dem ich auf einer Wellenlänge so bin. Und das ist eben die Frage. Für was steht eigentlich Familie für euch? Was würde ich dir sagen? Was ist Familie? Du hast gesagt Vertrauen und Berundheit. Oder was würdest du sagen ist Familie? Also am einträgsamsten hatte ich mal so einen Moment. Ich habe einen Bruder und meine Eltern. Und wir sind so zitiert. Und ich bin ja halbe Ungerin durch Ungarn. Also durch die Stadt da gelaufen. Und ich habe mich so stark gefühlt durch die. Also die haben mir so einen Rückhalt gegeben. Oder ich wusste mit denen kann mir nichts passieren. Und das habe ich halt dann mit der Wahlfamilie auch. Da weiß ich einfach, da kann ich mich hinwenden. Egal wie es mir geht. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und jetzt nicht bei allen Menschen. Aber bei denen, die mir halt sehr nahe sind. Also das ist für mich da wichtig, dass ich da merke, die stehen im Rücken und da bin ich gehalten. Und vor allem auch wahrscheinlich auch so egal, um was es geht. Und egal auch wenn man mal Blödsinn gemacht hat als Familie. Das ist ja genauso. Familie ist einfach bedingungslos für dich da. Also bei bedingungslosen Liebe. Aber erzähl doch mal, was du für dich verlierst. Was für dich verlierst du jetzt? Was für dich verlierst du jetzt? Was für dich verlierst du mit dem Betrieb Familie? Na, es ist eigentlich schon so. Die Grundehaltigkeit, der Schutz. Auf alle Fälle, dass man sich stark fühlt. Grad wenn man noch als Kind, noch durchs Leben wandelt, dann fühlt man sich mit seiner eigenen Blutfamilie sehr gestärkt. Und je älter man wird, kommen ja noch mehr Menschen in dieser Familie dazu. Oder wenn man eben nicht dort lebt, wo man geboren ist, dann baut man sich eine andere Familie. Trotzdem finde ich auch immer, dass die eigene Familie ist eben eine Familie. Die kann man dann auch nachts zeigen. Ist ja nur da. Das ist doch mal eine ganz gute Verbindung. Man kann so auch in der Nicht-Familie so eine enge Verbindung aufbauen. Aber man weiß, bei der eigenen Familie, zumindest bei mir so, wenn es auch was ist, sind wir immer für mich auch nachts. Zu jeder Nachtzeit wird auch morgen sein. Wir dürfen alles Mögliche in Bewegung setzen, um mir zu helfen. Du kannst mich auch nachts sagen. Ja, schön, dass du das jetzt erklärt hast. Ich wollte mal sagen, weil du sagst, dem Kind, das so unsicher ist und so überschützt auch, das kann man glaube ich auch ganz gut jetzt, so gerade wenn man sich in dem Leben jetzt, wo wir uns befinden und dann so langsam aus dieser Gesellschaft Frust ist, wenn man sich raus bewegt, dann ist man ja auch wieder diese Gesellschaft, diese ganzen Konditionierungen, die wir kennen, auf was wir gelangt haben, was gut ist, was schlecht ist. Wenn man uns da raus bewegt, ist das ja auch wieder wie so eine Neugeburt. Es gibt ja viele, die zum Rufestkottler kommen und sagen, wow, seit ich bewusst geworden bin und seit ich mich mit der Ernährung beschäftigt, fühle ich mich wie neu geboren. Und dann ist es eben. Dann ist das die Familie, die einem Leitung gibt. Das ist halt auch so eine Sache. Schutz auf der einen Seite, aber auch Leitung. Das ist das, was bei euch jetzt noch nicht vorauskommt, aber was ich bei der Familie immer wichtig finde, gerade die, die mehr Erfahrung haben, wie die Eltern zum Beispiel, dass sie das Kind auch leiten können. Dass sie mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Und das ist halt so eine Sache, dass jetzt gerade in der Umstellung, da sind wir ja quasi alle irgendwann mal Kinder gewesen und waren froh, dass wir einen aufs Hochstraße hatten, einen Wilke-Leo-Cold dann oder was auch immer. Und ich denke, ja, das ist wirklich so ein großer Punkt, wenn es um Familie geht, das, was auch unbedingt erwähnt werden muss, dass man halt eben da auch ein bisschen Leitung hat. Das Thema Waldfamilie, das gibt es auch, glaube ich, in unserer Zeit deshalb, weil halt viele Beziehungen, Partnerschaften und so kaputt gehen, also viele Familien. Und dieses Gefühl, was es früher halt viel selbstverständlicher gab, das gibt es heute in vielen nicht mehr. Und dadurch kommen heute viel, also ganz andere so Kombinationen so zusammen, dass sich irgendwie Freunde zusammentun, dann die Kinder irgendwie zusammen betreuen. Ich schwöre ganz einfach, ne? Genau, ja. Und dadurch kam dieses Wort Waldfamilie auch viel stärker. Und für mich hat die Waldfamilie auch in dem Sinne Bedeutung, wenn ich jetzt euch als meine Waldfamilie oder auch noch andere, die zum Butler kommen, die ich regelmäßig sehe, weil meine eigene Familie, also meine Wirtfamilie, die tragen mein Leben, mein Lebensdienst so weit mit. Also da bekomme ich doch eher Unverständnis, obwohl die immer zu mir halten würden. Aber die können meine Lebensweise, meine Ernährungsweise, meine Lebensweise, was ich denke, was ich fühle, manchmal nicht nachkürzen. Die denken dann immer auch, was dich so verändert, was ist mit dir geworden, obwohl sie hinter mir stehen würden. Und deswegen ist für mich die Waldfamilie so wichtig, um so Menschen zu treffen, die genau das fühlen und denken, was ich fühlen will. Oder diese Richtung will. Und mich da einfach auch so akzeptieren. Und mich einfach so annehmen, wie ich bin. Wie ist das mit euch? Habt ihr so eine Wahlfamilie außerhalb eurer Familie? Lass uns mal darüber diskutieren unter Silkes Kanal und unter meinem Kanal, was da so an... Würde mich interessieren, ob ihr auch so etwas wie so eine Wahlfamilie seht. Oder ob ihr da wirklich unterscheidet Familie und Freunde. Oder ob ihr da wirklich einfach das Gespür, also diese Sachen, die ihr auch für die Familie empfindet, die ja doch teilweise ein bisschen anders sind, als wenn man von Freunden redet. Ob ihr da auch so etwas wie eine Wahlfamilie habt. Interessieren, ne? Genau. Gut. Ansonsten also wisst ihr Bescheid. Das ist ein Potluck jetzt am 10. Dezember. Wir wissen noch nicht ganz genau, wo es ist. Aber ja. In Leipzig. Genau. In Leipzig auf jeden Fall. Und auf jeden Fall einfach die Facebook-Veranstaltung bei Silke auf dem Kanal, bei mir auf dem Kanal. Genau. Ich habe auch jetzt ein Forum unter rogan.de gemacht, wo es gibt ja Menschen, die wollen nicht unter Facebook und wollen auch nicht bei YouTube sich registrieren, aber sich trotzdem immer informieren, wann sind die aktuellen Potlucks. Da habe ich eine werbefreie Plattform quasi gefunden oder kreiert, wo die Leute sich dann auch informieren können in diesem Forum. Wann das immer ist. Bei einem Facebook ist es manchmal so, du kriegst ja, wenn ich einen Beitrag schreibe und jemand hat mich abonniert, ist ja so viel mittlerweile, dass man das auch mal überliest oder sowas, in so einem Podcast Potluck und so. Und deswegen, wenn ihr da seid, könnt ihr euch auch informieren. Oder einfach im Endeffekt nachfragen. Gut. Also Wahlfamilie und Potluck. Genau. Passt gut zusammen. Also wir verlinken auch alle Fälle noch einen Tageskanal. Genau. Heute habe ich jetzt auch einen Kanal. Ja. Also ich bin jetzt bei YouTube sozusagen. Und ich bin auch verlinkt bei uns gegenseitig. Genau. Wir verlinken uns alle. Wir connecten uns alle. Das ist übrigens eine Sache. Eigentlich ein schönes Thema, aber ich bin sowieso der Meinung, um das nochmal so rein. Ich finde, jeder sollte so eine Art kleine Visitenkarte auf YouTube haben. Wer bin ich? Und so ein kleines Vorstellungsvideo. Dass man auch immer weiß, wenn die Leute hier unten kommentieren, so man so schön einfach auch einen persönlichen Eindruck zu haben. Ich finde, da wird viel zu sehr so, haa, nicht ins Internet und so weiter. Aber das ist meine persönliche Meinung. Wollte ich nochmal so. Deswegen. Ich finde es immer schön, wenn die Karte jetzt jemand einen YouTube-Kanal neu eröffnet. Ja. Und alles dann irgendwie so zusammen. Ja. Na gut. Dann war's. Tschüssi. 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 Töner